bären mitnehmen bären ist nun direkt vom strauch runter momentan allerdings sollten wir genau genau so was wie das hier zum beispiel so was könntest du einsammeln sammeln ruhig ein also teufel ich möchte nichts sagen aber du läufst genau in die falsche richtung wir laufen kreis gerade da hinten kommen dann gleich die container genau willst du zum schiff oder was ja die brauchen wir für heil selber hier genau alle wäre und und diese pflanze sind genau und ich hoffe dass wir dass du ein paar setzlinge davon bekommst dann wird die mich vorschlagen dass wir hinten auf unsere besuch besuch ich sehe noch nicht ich habe ich habe nun gehört ach da ist er erklärt bleib bleib gut hast du ausweggegangen will ich spieke wo ist er der läuft weg hat keine lust mehr hallo der hat uns angegriffen ach so da liegt er doch das würde jetzt nichts bringen aber der hat mir auch schon wieder ein rüstung weg gehauen wirklich noch alle noch ein rüstung ist teufel wo bist du warum ja 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 da hinten ich habe auch zwei dreimal hinschauen müssen mein lud er wird so sterben ich habe ein stickbeutel jetzt lass mich mal ich muss kaninchen jagen hier sind geöffnete und seine freunde ich sehe ihn gerade nicht da hinten ich komme richtung euch gelaufen kavalerie ist auf dem weg teufel kommen sie ja ich höre gerade ich sehe noch hat denn halt die klappe man das sind meine dj cds weiß ich habe seit zwei minuten auf die alte drauf jan stellt sich nicht immer vor mich die pflanzen hier brauchen wir zum beispiel auch ja aber ja 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 ich will jetzt mit der zwille erwischen hier jeder was nach aus dem weg wo bist du komm her tu schnell da ich nenne dich liebevoll frikadella ha baum fällt wo ist sie die ist schon länger runter wir laufen hier hinterher und er fällt da hinten er fällt bäume wo bist du denn teufel da hinten ach hier du kannst du das nicht sagen dass sie schon wieder unten ist hier unten sind noch koffer hier bei mir stöhnt was nein das war es nicht du das war zu feminin das gestöhne ach hier sind wir ok ich weiß jetzt wo wir sind ja papa papa sind geil ja alles nein ach hier kriegt man neue neun 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 ja ja leute ist jetzt langsam sehr dunkel ne ich müsste dich sehen teufel ach da hinten hier drüben da 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 ist der hier vorne ich fragte seine Ader hier ist nämlich uuuuuh er kennt sich aus jetzt würde ich mich gerne sehen um zu wissen ob die Klamotten geil sind wir sollten ein kleines lagerfeuer aufstellen warte mal ersteller verlauf hier bin dabei hier direkt zum fels also so schick aus brett jeder hat noch ein anderes an ähm wir schmeißen sie auch schnell was zu essen rein ach stimmt ich habe auch noch Sachen ach ich habe auch noch zwei Rehfleisch also ich kann die auch ach nein ich konnte das Rehfleisch gar nicht mitnehmen von vor ein weil ich so viel Essen schon mit hab ich habe das jetzt mal raus also ich habe jetzt mal Alkohol getrunken Kassettenspieler stell deine Kupi daher was jup damit kannst du Musik laufen lassen was haben wir denn für Musik ach Quatsch ich will trinken ba 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 hallo ich bin am Musik hören ihr seid Schweine hey Junge ja so also ich hab den ersten Tod und hier so ja ich hab mit geholfen mit dir eh hallo ach ja stimmt komm her lass uns zahlen wo ist er da hinten so jetzt hört ihr eigentlich meine Musik nein nein ich hör grad meine Musik so da müssen wir uns eigentlich die Rüstung wieder auffüllen können wie viel Rüstung habt ihr ich hab fünf mir fehlt noch immer nur Zeit mir fehlt noch immer nur Zeit ja mach du ja mach du also ich steig meine Musik jetzt wieder ab gar nicht die läuft jetzt durch ja äh doch nochmal nochmal die ja ja hab ich ich hab's lass dich gemacht das ist sicher ich hab's noch Ach die ist kalt die ist kalt ich weiß die ist kalt dann noch eins machen sie fertig also ihr braucht es euch praktisch nothing ich lass sie an dann kann ruhig mal von matten für es jetzt der der die wenigsten Rüstungszeile als ich gerade im stream bin ich hatte ja nicht schnell die knochen auch hinter uns auch noch 2000 johannes ok ich kann nicht aufgeben in 2000 willi sohn war das so ich bräuchte noch ein knochen da kann ich mir die nächste knochen rüstung machen dann bin ich auch wieder bei wäre ich dann bei acht jetzt noch eine rüstung machen ja jetzt bin ich bei acht oder das stirbt egal mehr drei stück sind noch offen wie kann ich was was ich habe wegwerfen auf g wie gustav du hast ja dann müsst müsst ihr jetzt weitermachen wenn ich die drücke wird was wir jetzt mit tageliegt ähm kuh ja da müsstest du nämlich auch ich habe jetzt noch vier knochen müsste auch bei 7 von 10 sein nein also wenn ich eine maske auf habe bin ich der einzige der die maske hat ja da sieht man halt mal wer weg vom strafraum so feuer ist kaputt wir können weiter wir laufen jetzt an unserem flugzeug vorbei ich sehe ihn aber nicht aber böse an respekt koffer sind hier hinten sind noch ein paar zune koffer und medizin ein einzig alter jetzt habe ich den stein angesehen als wäre es ein ureinwohner wo ist denn hier medizin für jeden ist es was anderes ich hatte stoff drin ich auch immer diese junkies lass mich lass mich okay wo wollen wir jetzt weiter doch warte mal lass mich mal hier oben auf dem berg schaut alter jetzt habe ich gedacht galoppelhainz fällt hier irgendwo bäume kuh ohne was zu sagen hinter mir auf einmal rumstöhnen ist ein bisschen böse könnte nämlich sein dass du ansonsten in a in pfeil b in meinen sperrheim rennst achte hier oben sind drei häuser aber kein aber nicht das doch was ich suche warte mal wenn es das dorf ist wo ich vermute weiß ich wo wir lang müssen ja ich weiß wo wir sind steht bei euch hier wo ich jetzt stehe auch benzin für die motorsäge ja ich habe mich gesammelt hier beim lagerfeuer und hier ist auch noch mal ein kanister achte hier im haus das dorf müsste in diese richtung ungefähr sein das haupt eingeborenen dorf diese richtung wo ich jetzt hingucken da hinten ist das eck wo eric früher immer gebaut hat und das heißt da drüben müsste das dorf sein ich habe ein tennisball leute ganz wegwerfen schießt die leute damit ab nützt nichts macht keinen schaden kriegst du gar nicht schläger hier neue waffen hätten ja ich habe hier keine fidschi nicht kaputt machen oder das sind doch damit bekommst du blätter wenn man sie kaputt macht ja die es zusammen kann sie kannst du eben kaputt machen drei blätter gesammelt ah vorher konnte man doch irgendwie sammeln oder nicht oder blöd diese bär nicht essen ja die weißen bären ganz gefährlich nicht nur die weißen es gibt ja noch diese wildkirsche weißt du mal finde was zu essen ach hier das kann ich nicht auch hin obertsmann ich muss noch was du brauchst du was ich hab noch was ich hab noch was was hab ich noch oben ich hab noch einen schleppenpanzer ok warum ok ich hab hier überall zusammen die kaninchen leute ist donatum blitz ich habe angst muschi ich glaubt es wird die angst vor gebitter haben wir spielen wenn es gewittert ja mein teufel frisst erst mal fliegenpilz das war ich wenn das war ich ach das war die beide abjahr in der warte geht ja auch die hülle mit dem kommt bald und geben wenn das noch nicht ist haupt eingeboren dürfte noch nicht das haupt eingeborenen dorf sein doch echt hallo wir ziehen äh nein das ist noch nicht das haupt eingeborenen dorf weil sonst wäre der baum irgendwo in der mitte ok das ist das haupt eingeborenen dorf Prozent neil ich hier nicht eigentlich die moderne Axt da ist ein körper kompats und karte wie geht Prozent kompats und karte ist ganz gut abomm ich krieg hier grad nur Stoff wie da war glaub ich ganz viel Medizin und sowas drin was wo ach hier sind ja noch Kohladosen ach hier sind ja noch Kohladosen ach das sind Kohladosen hier kannst du nicht mehr Medizin tragen hier brauchst du ein bisschen Medizin bei mir sind das Kohladosen ich kann keine Sodaziton mehr tragen wer will hier ist noch jede Menge ok Kohladosen kann ich auch keine mehr tragen ich hab noch ein bisschen Medizin noch ein Seil einmal Kohladosen habe ich jetzt getrunken würde ich euch auch empfehlen stimmt das könnte man eigentlich mal machen die einen Schokoriege verbritzen eigentlich wieder zwei Kohladosen einsammeln gut sonst noch was hier haben wir den Amit ha ha ich hab früher Geld aus ihm rausgeschlagen aus wem? aus dem der hier hängt ach hier kannst du ja mittlerweile aus den Leichen Geld rausschlagen echt wow ich glaub aus dem hier kommt nicht mehr doch noch immer ja ja ich glaube du sch absolvieren du 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 Vielen Dank.